Hey Leute, herzlich willkommen hier zur vierten Folge von Miba 3 und mit dabei ist wieder Kilomatix. Hallo. So, die Nachricht ist abgeschickt und 3, 2, 1, go. Ja, letzte Folge, haben wir uns etwas verloren? Gucken wir mal. Ich bin ja nicht auf den Server. Okay, soll ich dir die Koordinaten nennen? Ja. Äh, 171? Oh, ja. Und minus 344? Okay, also eigentlich nur in x-Richtung großer Unterschied. Großer? Naja, 100 Blöcke oder sowas. Oh, ich seh grad, ich hab, ich hab, äh, 42 rohes Rindfleisch. Was, was war x? x war 171. Okay. Okay, ich kann mich jetzt bewegen. Ich auch. Ich kann nicht mehr rennen, ich hab keine Öfen, ich hab keine Kohle. Ich, ich farm noch ein bisschen essen. Ich kann auch, ich kann auch nicht rennen, stimmt. Ja, dann, weiß ich nicht, ess was. Ein bisschen. Ja, ich, äh, hab nix gebratet. Nix, nee. Nee. Ich auch nicht. Wo bist du? Ups, hier ist ne Höhle. Ich bin da auf dem Weg. Du bist da auf dem Weg. Das letzte war minus 440 oder sowas. Hä, von dir aus oder was? Von, nee, von dir, das, äh. Ähm, x hab ich jetzt 158 und y, äh, ist, oder halt das letzte ist minus, ja, 380 gerade. Ich bin übrigens kurz in die falsche Richtung gelaufen. Oh nein, beeil dich bitte. Bin unterwegs. So, ich kann schon mal wenigstens wieder sprinten. Ich hab mir grad mal... Hier ist ein Kürbis, den hattest du doch in der letzten Folge gesehen. Äh, ja, kann ja sein, dass er mehr sprint. Ja, gut, das kann sein. Da meintest du, glaub ich, ach, der ist jetzt unwichtig, den brauchen wir nicht. Ja. Irgendwie sowas. Ja, wir sollten uns beeilen. Mhm. Ich bin hier jetzt an so'n Fluss. Oh, oh, Fluss, äh, stehen da Birken und Eichen? Ja. Oh, oh. Ah, ich seh dich, bleib stehen. Hä? Ich seh dich nicht, wo bist du? Hä? Ja, hinter dir. Oh, okay. Gut, wo wollen wir hin? Hier. Ähm, hast du, hast du, äh, irgendwie hier ein bisschen Kohle? Ja. Jut. Jut, ich denke mal, das sollte reichen, wa? Äh, und jetzt hier noch Schweinefleisch drin. Achso, gut, okay. Ich, ich hab schon, ja. Ja, gut. Ähm, pass auf, ich geh jetzt nicht immer drüben hin. Farben jetzt ein bisschen Holz ab. Mhm. Für, äh, Dings. Ne? Für Äpfel eventuell. Genau. Vielleicht noch ein bisschen gravier oder so. Ja. Ich glaub, Holz ist sinnvoller als, äh, noch mehr essen, oder? Ja. Mehr, mehr essen brauchen wir eigentlich echt nicht. Kühe. Kühe töte ich trotzdem. Ja, Kühe immer töten. Ähm, was du auch noch machen könntest, ist Sandfarm. Warum? Ist geheim. Okay. Alter, was hab ich denn hier gerade für... Aus Special-Gründen. Ich hab grad wieder so leichte FPS-Einbrüche, obwohl ich eigentlich sehr viel FPS hab. Ja, ich aber auch. Ich denke, das liegt aber teilweise auch echt am Server. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von teilweise 130, der auf einmal auf 10 runterspringt. Hm. Warte, war das deine Katze? Hab ich das richtig gesehen? Bitte was? Da müsste ja hier im Dschungel sein. Ach nee, das ist ein Lavasee. Lass uns doch ein Haustierchen holen. Ja. Das brauchen wir auch noch. Ganz viele Haustiere. Lass uns doch einfach Spinnen züchten. Das ist gut. Ja, ne? Ja. Äpfel, wo bist du? Sand habe ich ein bisschen, ja. Ich geh wieder zum Ofen. Ja. Wie viel Sand hast du denn? Also ich brauch vier Sand. 50. Alter. Okay, ist auch gut. Kein Ding. Ich brauch aber keinen Salz. Okay, das weiß sowieso schon jeder, wofür du den Sand brauchst. Ja, richtig. Um hier eine Sandburg zu bauen. Genau. Ich meine, das Crash-In-Konzept für eine Sandburg ist doch ganz klar. Ja, Sandstein wollten wir hier machen, ne? Ja, genau. Wir wollten nämlich ein Haus in der Wüste bauen. Das war unser Lebensprojekt. Das hatten wir eigentlich vor. Mal sehen, ob wir das auch noch machen dürfen. Okay, hier ist schon mal ein Apfel. Da ist noch ein Apfel. So, und wir sollten uns ein bisschen organisieren mit Inventar. Ja. Lass uns das gleich machen, wenn wir wieder zusammen sind. Also ich denke mal, Holz haben wir keine Probleme mehr. Ich hab so viel Holz jetzt. Und ich denke, wir werden jetzt nicht alles braten. Ich nehm schon mal wieder die restliche Kohle überall raus. Ja, wenn du möchtest, können wir jetzt direkt weiter. Wir sollten die Zeit nutzen, noch 10 Minuten. Lass uns jetzt einen Ort suchen, wo wir hin können. Ja, dann komm erst mal hierher. Weil ich hab ein volles Inventar. Ja, ich guck nochmal, ob hier Apfel gedroppt sind. Warte. Sieht nicht so aus. Ne, sind keine Apfel mehr gedroppt. Ja, dann müssen wir nochmal gucken bald. Weil Goldäpfel können wir nie genug haben. Ja. Wie viele Strings hast du? Ich hab 5. Ich hab 4. Das reicht für einen Bogen, für uns beide. So. Ja, dann hier. Wow. Ja, jetzt müssen wir uns. Hast du Knochen? Ja. Nimm. Pilze hast du auch gehabt. Ja. Zuckerrohr hast du auch gehabt. Ich hab auch Leder. Leder hast du auch? Ja. Warte. Dann hast du hier noch. Hast du Redstone? Ja. Dann geb ich dir mal Redstone. Knochen, äh, Gunpowder. Gunpowder kann ich dir geben. Die Fäden liegen da auch noch links von dir. Gib mir das Gunpowder nochmal. Ja. Perfekt. Das reicht sogar schon. Ähm, für die Sandburg. Ähm, hast du Federn? Ne. Hast du Samen? Äh, ein Apfel hab ich hier. Den geb ich dir. Ja, hier hast du Samen. Gut. Reicht erstmal, ne? Ja, reicht erstmal. Gut, dann lass uns weiter. Wohin? Die Richtung. Die Richtung. Ja, mir ist egal. Sag du. Ich weiß es nicht, also. Kannst du mir mal ganz kurz was gebratenes? Ach nee, ich hab schon. Alles gut. Ja, wir brauchen noch mehr Papier. Ähm, vorsichtshalber ja. Also wenn du Zuckerrohr noch siehst, dann nehmen wir das mit. Ja, dann lass uns das mit. Hier ist eh nicht Höhle, glaube ich. Ist nicht Höhle? Ja, aber lass uns jetzt irgendwo wieder abhauen. Mhm. Wir brauchen noch ein paar Dias. Zaubertisch. Huch, was denn hier? Hier ist eine Höhle. Wollen wir hier gleich rein? Ist das echt eine Höhle? Oder sah das nur so aus? Das ist echt eine Höhle. Ich nehm Erde. Ich mach hier mal zu, ne? Mach zu. Oh, das war intelligent. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh. Äh. Im Glück können wir uns nicht gegenseitig verprügeln. Ja. Okay, ist doch keine Höhle. Scheiße. Okay, wieder raus. Ne, hier unten noch? Ne, lass uns raus, lass uns raus. Wir haben keine Zeit. Okay. Da ist Wasser. Na toll. Hab ich jetzt unser Grab geschaufelt? Ne, gut. Schnell raus. Wohin? 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 Weiter in die... Da hin. Hier hin? Ja. Also weiter rechts jetzt noch, ja? Ja, hier so irgendwie am Fluss entlang, ich weiß nicht. Es könnte natürlich das sein, wo FIFA und Tim sind. Okay. Da ist aber noch Zuckerrohr da hinten. Ja, das nehmen wir noch mit. Und dann sollten wir jetzt aber... Wir sollten weg. Hier sind Hügel. Da hinten ist eine Höhle. Ich weiß nicht, ob die runter geht. Wo bist du? Hier, hier. Links von dir. Oder so. Ja, du bist links von mir. Ja, wir können da ja mal einfach reingucken. Eben. Ja, die geht anstatt runter hoch, oder? Geil. Ja, dann geht... Ich bin durchgegangen. Ja, cool. Richtig großer Durchgang. Oh, alter Essen. Das geht so schnell weg, ne? Wenn man... Ja, ist egal. Oh, Zuckerrohr. Schwimmst du hin? Ja. Ist da eine Höhle? Ne, ne? Ich glaube nicht. Ne, ne. Am besten wären... Guck mal, da ist Schnee! Schnee! Weißt du was? Ja, ja, ich weiß was. Da sind Tierchen. Ja, ja, genau. Und darauf wollte ich auch hinaus. Hä, wo ist Schnee? Ich sehe keinen Schnee. Da hinten. Auf dem... Auf dem Kiefern... Nadelbaum. Auf der Tülle. Ach! Jetzt sehe ich wo. Ja, dann lass uns doch mal da einen kleinen Besuch abstatten. Wo bist du? Hinter dir. Hast du die Knochen? Ja, das sind aber nur fünf. Ich habe noch zwei. Und wir nehmen rohes Fleisch dafür, ne? Äh, oder... Nee, Zombiefleisch können wir auch nehmen. Ja, dann lass ich... Wenn du es noch hast, ich habe auch noch was. Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Wattenbio. Aber gut, oh, jetzt können wir noch nehmen. Wattenbio. Da ist der Spawn. Was, echt? Ja. Da ist der Spawn. Geil. Äh. Ja. Siehst du ein Tierchen? Nee, nee, noch nicht. Ist... Hä? Oh, hat gerade geleckt. Da ist ein Enderman. Wo ist der Enderman? Wo ist der Enderman? Wo bist du? Äh, ja. Ja, hol dir den Enderman, wenn du kannst. Ansonsten hier in der Nähe vom Spawn ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Da rechnen die Leute nicht damit, dass wir hier unterirdisch sind. Warte, warte noch auf mich. Ich helfe dir. Ja, super Skill. Schon wieder keine Enderperle. Nee. Also wohin? Wir haben noch fünf Minuten. Das ist jetzt wichtig. Dahin. Geradeaus da ist so eine Höhle im Berg. Da gehen wir rein. Okay. Und dann sollten wir uns wieder runter bauen. Mhm. Wir haben da ja gar nicht mal so viel geschafft in dieser Folge. Nee. Aber gut. Gar nicht mal so gut. Warte, ich geh mal hier oben lang. Vielleicht find ich ja noch Tierchen. Mhm. Ja, Schweine seh ich. Meinst du die Höhle da unten? Hier unten, wenn du mich siehst. Ja, ich bin unter dir. Unter dir, Schweine. Warte, lass uns die linke hier nehmen. Die hier. Guck mal, die geht runter. Ja gut, dann lass uns die nehmen. Ja, die sieht gut aus. Rechts? Rechts. Nicht unbedingt sprinten. Die Fäden sind wichtig. Wir haben noch viel Essen, von daher. Richtig. Okay. Einen links zurück. Links oder rechts? Jetzt rechts gleich. Jetzt gleich. Hier. Ja. Jetzt links, rechts? Rechts. Links. Rechts. 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 Hier hinten? Hier geht's runter. Hier. Perfekt. Oh, Achtung, Creeper. Ich bin perfekt. Komm her. Komm her. Moment. So. Hier ist perfekt. Wo bist du? Ja, komm, komm, komm. Ja, ja. Erfahrung. Hier geht's doch. Ne, komm, komm, komm. Hier ist eine Schlucht. Ja, ich bei mir auch. Ne, warte mal. Wo? Egal, die ist verbunden. Okay, gut. Bestimmt. Bestimmt? Ähm. Guck mal hier. Und dann... Huuu. Hui. Pass auf. Aber das ist eine Schlucht, ne? Ja, das ist eine Schlucht. Ja, dann nehmen wir die doch wieder. Oh Gott, ich dachte gerade, ich werde hoch. Die ist sehr schmal. Aber egal, Hauptsache wir sind unten. Genau. Guckst du mal auf die Höhe bitte? 23 oder so, was war das hier? Okay, ja. Ich wollte mal kurz auf die andere Seite von dem Gravel gucken. Ja. Ich bin gerade zu blöd, um über den Gravel rüber zu kommen. Guck mal hier, Gold. Schon wieder. Ja, dann ziehen wir jetzt hier ein. Ja. Das ist unsere Stück. Oh, da drüben ist noch Gold, oder? Ja, da ist nochmal Gold. Warte, ich hol mir das. Ja, schön. Lapis. Ja, nimm mit. Ja, ich hab schon fast einen Stack. Ja, okay, dann reicht das eigentlich auch. 62, ja, wir brauchen kein Lapis mehr. Guck, hier ist noch Gold. Hier sind wir auf Ebene 11. Perfekt. Dann fang an direkt zu Stripmine. Ja, mach ich. Aber wir machen hinter uns trotzdem zu, wegen den Viechern. Ja. Soll ich mit Koppel machen erstmal? Oder mit Diorit oder sowas? Ja. Andesit hab ich. Ja, das ist gut. Dann baue ich mal gleich noch ein bisschen weiter zu. Ey. Entschuldigung, ich baue mal hier so einen kleinen Zwischenraum für uns. Werkbank und so. Ich hätte nicht zu dicht da dran gemacht. Schön, aber echt. Er hat dann noch einiges an Andesit hingesetzt. Ja, geh mal weg. Ich hab noch 19. Und mach die Fackel da weg und dann hier so der Zwischenraum. Hier? Ja, okay, perfekt. Ich hab noch eine Werkbank. Hab ich auch. Zwei Stück. So, ich stell mal meine Werkbank da hin. Leuchte ich auch mal aus. So, und jetzt brauchen wir Dias. Du baust dich da lang, ich baue mich... Hier, hier den Gang nimmst. Du nimmst den Gang, dann baue ich mich hier lang. Ich hab leider keine Schaufel. Aber brauche ich jetzt auch nicht mehr. Jo, danke. Danke, jetzt habe ich keinen mehr, egal. Aber brauche ich auch nicht, gerade. Wir sind auf Höhe 11, ja? Ja. Das ist ja perfekt. Ja, sind wir. Jetzt machen wir hier ein bisschen Strip-Mining. Fackeln stell ich nicht auf. Ich meine, dafür mache ich das wieder ein bisschen heller. Ja. Wenn ich dran denke. Wenn? In der zweiten Folge habe ich dran gedacht. Ich nicht. In der ersten nicht. Ich bin der ersten. Ich bin jetzt gar nicht dran gedacht. Die dritte habe ich noch nicht geschnitten. Stimmt, in der dritten habe ich auch auf die Koordinaten geguckt. Ja gut, das sei auch egal. Wir sind jetzt weit über die Berge. Ja, ich habe es jetzt auch in der zweiten weggelassen. Eisen, ja, Eisen brauchen wir noch. Eisen brauchen wir immer, ja. Oh, ich höre Lava. Auch wenn es nur für Eimer sind. Und wir sollten uns das antrainieren, mit Eimer zu kämpfen. Oh, ah, Silberfische. Oh. Hier, äh. Äh, extremen Berge, ja, da spawnen die. Ich dachte, das wäre jetzt ein Dungeon. Ich habe mich schon gefreut. Das wäre voll geil. Ab ins End. Ab ins End, Alter, da sind wir sicher. Vor den anderen Spielern auf jeden Fall. Das müssten wir mal machen. Ey, wenn ich eine Endfestigung, ich würde da sowas von reingehen. Mit Saisen um die And... Einfach so. Selbst wenn die Überlebenschancen da niedriger sind. Ähm, ich brauche dich mal ganz kurz. Ich habe keinen Dings mehr. Kein was? Achso, ne, alles gut, alles gut. Mach weiter. Okay. Arbeite. Ja, ich wollte jetzt trotzdem wieder mal Seitengänge machen. Wir müssen gleich mal eine Kiste oder sowas aufstellen. Ja, eine Teamchest. Alter, wie viel Erde ist denn hier? Okay, hier ist... Ja, nur noch 30 Sekunden. Mist. Oh. Und nimm Redstone auch immer mit, auch wenn es nur für Level ist. Oh Gott, da hatte ich gerade Frame-Einbrüche. Teilweise habe ich, glaube ich, sogar noch stehen gelassen. Ja, Level sind aber wichtig. Ja, das stimmt. Aber um Level zu fahren, gehen wir auch später, denke ich mal... In die Höhle. In die Höhle. Noch 18? Sehr unproduktive Folge. Aber immerhin haben wir uns gefunden. Und genug Essen. Also doch gar nicht so unproduktiv. Richtig, und einen neuen Spot. Wieder eine Höhle. Okay, ich bin auch raus. Ich auch. Puh, gut. Dann war es das mit der vierten Folge von Miba 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es uns doch mit einer positiven Bewertung und schaut natürlich auch bei dem jeweils anderen vorbei. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, tut das bitte. Dann verpasst ihr nämlich auch kein weiteres Video. Ja, bis dahin und tschüss. Ja, tschüss.